So, jetzt sind wir auf dem Weg nach wie vor nach Islaris. Mittwoch, 15.10. Das ist wieder mein typisches Michi-Video. Ein verwunschener Wald. Wir sind ungefähr seit 6 Kilometer schon gelaufen und kommen jetzt wieder nah an die Küste. Hier ist es anscheinend sehr hohe Luftfeuchtigkeit, wenn man sich die Baum anschaut und das ist halt einfach das übliche. Traumhaft. Tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Es ist wunder, wunderschön. Da hinten ist das Meer. Dieses Islaris, wo wir jetzt gerade hinlaufen, ist kurz vor einem kleinen Fjord, sagen wir mal so. Und dieser Fjord gibt es entweder eine kleine Fähre rüber oder den müssten wir auslaufen, 2,7 Kilometer. Das Laredo, was wir heute erreichen wollen, liegt, wie ich schon gesagt habe, noch ungefähr jetzt knapp 18 Kilometer von uns entfernt. Und wir wollen schauen, dass wir morgen bis nach Santander kommen. Jo, das sind wieder mal erste Impressionen des heutigen Tags. Es werden mit Sicherheit wieder neue Folgen. Bis später. Ciao, ciao.